Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich Ihnen erkläre, wie wir in unseren Digitalformaten mit Breakout Sessions, also mit virtuellen Kleingruppenräumen, in der Software Zoom arbeiten, so dass Sie sich eigenständig, autonom in den Räumen bewegen können und auch Räume nach Wunsch wechseln können, ohne den Host benachrichtigen zu müssen. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Wir starten die Konferenz, die Veranstaltung in einer gemeinsamen Videokonferenz, wie ich sie gerade hinter mir im Hintergrund simuliert habe, mit unterschiedlichen Benutzerinnen und Benutzer. Das Erste, was passiert ist, dass Sie vom Host der Veranstaltung in den Status eines Co-Hosts gehoben werden. Dies merken Sie durch eine kleine Notifikation am oberen Bildschirmrand, You are the Co-Host now, und durch die Tatsache, dass nun erweiterte Funktionen auch in der Zoom-Menüleiste zur Verfügung stehen. Als nächstes startet der Host die bereits vorbereiteten Breakout Sessions, die Kleingruppenräume, und Sie erhalten auf Ihrem Bildschirm eine Anmeldung oder eine Einladung einer Session-Foyer beizutreten. Wir starten alle gemeinsam in dieser Session-Foyer, um einfach auch nochmal die Grundlagen zu besprechen. Die Oberfläche in der Breakout Session ist ähnlich der eines Meetings, auch mit Bildschirmfreigabe, mit Chat, mit den Reaktionen und so weiter. Zusätzlich haben Sie hier den Button Breakout Sessions. Wenn Sie hier draufklicken, bekommen Sie einen Überblick über alle kleinen Gruppenräume, die angelegt wurden, und sehen auch gleich, welcher User, welche Userin sich wo auch befindet. Das heißt, Sie können sich jetzt auch kurz schließen, mit Userin Demo 1, ich sag mal, in den Pausenraum zu gehen, um dort vielleicht mal mit einer Tasse Kaffee irgendwie ein Zweiergespräch zu führen. Es geht ja vor allen Dingen darum, ja auch Begegnungsräume und auch Pausenräume auch zu schaffen und zu gestalten. Klicken Sie hierfür einfach auf den Button Teilnehmen und suchen Sie sich die Session, den Gruppenraum aus, auf den Sie gerade Lust haben. Wenn Sie in der Oberfläche rechts unten auf den Button Raum Verlassen klicken, verlassen Sie nicht das Meeting, sondern Sie kommen nur zurück in die ursprüngliche Videokonferenz, wo auch der Host für Rückfragen auch noch mal auf Sie wartet und zur Verfügung steht. Von dort kommen Sie problemlos wieder in die Breakout Sessions zurück. Eine kleine Anmerkung noch zu der Funktion oder zu der Rolle des Co-Hostes, die natürlich auch mit mehr Rechten auch verbunden ist. Ein Co-Host hat erweiterte Rechte, zum Beispiel auch erweiterte Teilnehmerrechte und ist in der Lage, Mikrofone stumm zu schalten, Leute aus dem Warteraum in die Konferenz zu holen oder sogar auch Personen aus einer Videokonferenz zu entfernen. Warum machen wir das? Weil ich denke oder wir denken, dass der Vorteil überwiegt, nämlich der Vorteil, sich autonom und eigenständig in einer Videokonferenz oder sich in verschiedenen Räumen auch bewegen zu können. Sich zum einen auszusuchen, welches Thema interessiert mich, worauf habe ich Lust, wo möchte ich hin, aber auf der anderen Seite auch Pausenräume, Begegnungsräume auch zu nutzen, die erstellt oder angebot werden. Denn das Interessante bei so Fachtagen, das sind ja auch so die Seitengespräche und so, haben wir einfach die Möglichkeit, mit bestimmten Personen einfach mal in eine weitere Breakout-Session zu gehen, um dort einfach mal kleine Gruppengespräche noch zu führen. Von daher denken wir, dass diese Vorteile einfach dem Risiko, das Risiko überwiegt, dass hier jemand Schindluder betreibt und Leute aus Spaß an der Freude herausschmeißen. Für solche Fälle ist natürlich der Host dann im Meeting auch ansprechbar und für jeden erreichbar. In diesem Sinne wünschen wir ein ereignisreiches und vor allen Dingen auch produktives Online-Format. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.